Der RWE-Chef warnt vor einem Blackout in Deutschland und vor der Flucht von vielen Unternehmen. Und das Ganze musst du dir mal vorstellen, ja? Einer der größten Energieversorger in Deutschland warnt davor, dass bei uns der Strom knapp wird. Die BILD berichtete gestern Gruselwarnung des RWE-Chefs. In Deutschland wird bald der Strom knapp. Deutschlands Wohlstand fußt auf einer starken Industrie, so Kräber zu BILD. Ein knappes Energieangebot führt zu hohen Preisen und dies gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland. Wir sehen erste Anzeichen einer Deindustrialisierung. Und im Fokus stellte der RWE-Boss klar, Deutschland hat als Industriestandort ein ernstes Problem und steht nicht so viel Energie zur Verfügung, wie gebraucht wird. So, so. Also Deutschland hat nicht so viel Energie, wie es eigentlich braucht. Aber das liegt natürlich absolut überhaupt nicht daran, dass wir unsere Atomkraftwerke ohne Not abgeschaltet haben. Das liegt auch nicht an den Russland-Sanktionen, dass wir zu wenig Gas bekommen. Und das liegt natürlich auch nicht an dem Ausstieg aus dem Kohlestrom, wonach wir ja immer mehr Kohleproduktionsstätten dicht gemacht haben. Nein, alles das natürlich keine validen Gründe dafür. Also, seit vielen Jahren warnen die Experten, und ich rede hier von den richtigen Experten, nicht von den Pseudo-Politiker-Experten. Die warnen seit vielen Jahren, dass die deutsche Energiewende nicht funktioniert. Unser Strom wird immer teurer und wir haben jetzt sogar ein großes Defizit. In der Regel hat Deutschland nämlich immer genügend Strom produziert und konnte diesen Strom sogar ins Ausland exportieren. Tja, und seit April 2023, also der Moment, wo wir unsere letzten Atomkraftwerke abgeschaltet haben, müssen wir Strom importieren. Wir haben nicht mehr genug Strom. Im ganzen Mai mussten wir bereits 3,9 Millionen Megawattstunden aus dem Ausland importieren. Und zu einigen Uhrzeiten nachts, wenn die Sonne nicht scheint und wir wenig Wind haben, müssen wir sogar über 25 Prozent unseres Stromes aus dem Ausland importieren. Tja, wir haben einfach nicht mehr genügend Strom und unser Stromnetz darüber hinaus ist auch noch mega instabil. Tja, und deshalb flüchten halt sehr viele Firmen aus Deutschland. Und schuld daran sind natürlich unsere völlig inkompetenten Politiker mit ihrer ideologischen Agenda. Aber auch die Wirtschaft selber trägt dazu bei, indem sie diesen ganzen Unsinn auch noch schön redet und sich das Ganze gefallen lässt. Selbst der RWE-Chef ist dies beträglich ein riesengroßer... Mitte März 2023 sagte er in einem Interview zur Zeitung Capital, Strom ist noch genug da. Tja, und drei Monate später sagt er dann im Fokus, in Deutschland wird der Strom knapp. Also da frage mich echt, wie kann denn ein Mann, der an der Spitze eines der größten Energieunternehmen von Deutschland steht, so einen Unsinn reden, ja? Ich meine, liegt das vielleicht daran, weil er weiß, dass diese Energiewende totaler Mist ist, er es aber nicht in der Öffentlichkeit sagen darf? Leute, wie dieser RWE-Chef, der kriecht nämlich unsere Regierung ständig in den Hintern, anstatt Mattacheles zu reden und diesen ganzen zerstörerischen Kurs der Regierung aufzuhalten. Und selbst jetzt, wo wir wegen den erneuerbaren Energien zu wenig Strom haben, sagt der RWE-Chef denselben Mist weiter. RWE-Chef Kräber fordert deshalb, es müsse massiv in grüne Energien investiert werden. Der Wille und das Geld sind vorhanden. Bitte was? Also, wegen der unsinnigen Energiewende mit den ganzen grünen Energien haben wir ja jetzt dieses massive Stromproblem. Und die Lösung des RWE-Chefs sind noch mehr grüne Energien? Was ist das denn für ein Schwachsinn, ja? Wieso wurde dieser Typ denn noch nicht rausgeschmissen? Solche Unternehmer versuchen nämlich dem linken Woken Zeitgeist zu folgen und hoffen dafür, von den Politikern und von der Gesellschaft belohnt zu werden. Sie hoffen, dass wenn sie den Politikern so tief genug in den Hintern kriechen, dass sie dann von den Politikern bevorzugt werden oder zumindest nicht bestraft werden. Dass sie aber mit diesem Verhalten ihrem eigenen Unternehmen schaden, das merken die nicht. Weil Fakt ist doch eins. Wenn wir diesen zerstörerischen Kurs der Energiewende weiterfahren, dann verlassen wirklich alle Unternehmen Deutschland oder gehen pleite. Und dann hat auch ein Energieunternehmen wie RWE keine Industriekunden mehr, an denen sie Strom liefern könnten. Und dann gehen sie ebenfalls pleite. Also, anstatt hier ein klares Statement gegen die verguckte Energiepolitik der Regierung zu setzen, ja? Also zu sagen, ja zur Atomkraft und ein Ende mit dieser Energiewende, schaufeln die sich ihr eigenes Grab. Und jetzt könnte man dem RWE-Chef Kerber vielleicht zugutehalten, dass wenn er von massiv in grüne Energien investieren spricht, dass er damit ja auch Atomkraftwerke meint. Weil ja die Klimabehörden ja mittlerweile auch gesagt haben, dass selbst Atomenergie grün ist. Aber das verstehen doch unsere Politiker nicht und auch ein Großteil der Gesellschaft nicht. Warum spricht er denn nicht explizit an, wir müssen massiv in Atomenergie investieren? Warum redet er dort nicht Klartext? Warum bezieht er nicht Stellung? Weil er nämlich Angst hat, wenn er sich für Atomenergie ausspricht, dass er dann abgesägt wird oder irgendwelche Probleme mit den Politikern zu bekommen. Aber RWE sind natürlich nicht die einzigen in diesem Gebiet. Und auch die deutschen Gewerkschaften sind mindestens genauso inkompetent. Schau dir zum Beispiel mal an, was DGB-Chefin Jasmin Fahimi sagte. Am 7.02. gab nämlich die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes ein Interview mit der Rheinischen Post. Und dort sagte sie, Fahimi hat sich gegen die längeren Laufzeiten für die drei verbliebenen Atomkraftwerke ausgesprungen. Uns drohen keine Probleme bei der Stromversorgung. Und vor zwei Wochen sagte sie dann in einem anderen Interview, Herr Lindner muss die Frage beantworten, ob dieses Land noch ein stabiles Industriebasis haben sollte. Die DGB-Chefin warnt vor einer Abwanderung der energieintensiven Industrie in Deutschland. Das lasse sich nur verhindern, wenn der Finanzminister den Industriestrom mit 50 Milliarden subventioniere. Also meine lieben Leute, wenn ich sowas lese, dann muss ich mich echt fragen, ob solche Leute mehr als drei intakte Gehirnzellen haben. Als erste sprechen die sich gegen die Verlängerung der Atomkraftwerke aus. Und wenn denn nach dem Atomstopp plötzlich der Strom knapp wird, dann heulen sie über die Abwanderung der energieintensiven Industrie. Sag mal, können diese Leute denn nicht eins und eins zusammenzählen oder was? Und das, meine lieben Zuschauer, ist einfach das große Problem in Deutschland. Unsere Politiker bauen einfach den größten ideologischen Mist und die Unternehmen und die Gewerkschaften, die klatschen sogar noch Beifall. Und dann, wenn plötzlich die dramatischen Folgen sichtbar sind, dann heulen sie rum. Also es ist wirklich unglaublich, wie viele inkompetente Leute auf wichtigen Entscheidungspositionen in Deutschland sitzen. Dieser ganze Wurke und ideologische Mist vernebelt den Leuten nämlich so dermaßen das Hirn und wir müssen endlich damit aufhören. Wir müssen uns endlich mal wieder auf richtige deutsche Tugenden konzentrieren und gute Entscheidungen für unsere Wirtschaft und auch für unsere Gesellschaft treffen.